Ansichten und Einsichten aus der chemischen Industrie in Baden-Württemberg aus dem Glashaus Guten Tag und Grüß Gott. Lassen Sie uns reden. Wir haben einiges zu sagen. Wir, das ist die chemische Industrie in Baden-Württemberg, genauer Chemie und Pharma und deshalb sprechen wir auch über Naturwissenschaften, über Bildung, Ausbildung, aber auch über Umwelt und Energie, über eigentlich alles, was die Wirtschaft antreibt, aber auch was sie bremst, wie zum Beispiel Gesundheitspolitik. Aber wir sprechen auch über Arbeitsbedingungen, über Tarifverträge und über Sozialpolitik. Meine Kollegen, die zu Ihnen sprechen werden, sind alles ausgewiesene Experten und wenn es ums Grundsätzliche geht, werde ich mich bei Ihnen melden. Wir wollen den Dialog mit Ihnen pflegen und beginnen damit gleich im neuen Jahr im Januar. Bis dahin wünsche ich Ihnen frohe Feiertage, ein glückliches und gelungenes neues Jahr. Bis dahin wünsche ich Ihnen, 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 bis dahin wünsche